Ich möchte euch wieder recht herzlich begrüßen hier bei meinem Kanal und heute werde ich mit euch ein Marientistel Öl pressen und zwar habe ich zwei Kilo Marientistelsamen gekauft von Privat und aus biologischem Anbau und die Zahlen was Ölquote ist und so zeige ich euch im Laufe des Videos. Die Ölpresse habe ich euch natürlich wieder unten verlinkt und jetzt geht es eigentlich schon los. Hier sind die Marientistelsamen, sind wirklich eine sehr gute Qualität, ich habe sie probiert, also zwei Kilo. Die fülle ich erstmal in meine Ölpresse und jetzt zeige ich euch auch, da die nicht geschält sind, sind die eher schwer zu pressen. Das hatte ich einmal bei der Eichelnuss, also bei den Eicheln. Ich habe ein Eichelölpressen versucht, die ist auch relativ hart und da merkt man, dass dann, dass die Presse, also dass die Presse ein bisschen in den Stocken kommt. Ja, okay, jetzt fülle ich mal die Presse an, aber ich zeige euch da einen kleinen Trick. Na gut, jetzt geht es los. So, jetzt hat man gehört, dass die Presse ins Stocken gekommen ist, also der Motor überlastet worden ist, aber da ist auch ein Schutz eingebaut. Und der Trick ist jetzt der, man hat vielleicht kurz gesehen, dass die Presse über 100 Grad erhitzt wurde, also die Spindel, aber mit dem sollte man dann sofort wieder zurückfahren, wie man jetzt sieht, auf 74 Grad. Die Temperatur wird dann auch super gehalten. Kurz zu der Ernte der Marientistel. Im Frühsommer und Mittelsommer bilden nach dem Blühen die Marientistel so kleine Härchen drauf. Da kann man die Köpfe dann schon abschneiden und nachtrocknen. Und wenn sie dann richtig trocken sieht, kann man die Suppe ausklopfen, die Samen und für weitere Zwecke verwenden. Übrigens ist die Marientistel sehr gut für die Leber und auch entgiftend. Ich wollte das Öl ja auch pressen, da ich momentan einen Bandscheibenvorfall habe und auch Tabletten nehmen muss. Also passt das auch richtig gut. Hoffentlich. Jetzt sieht man hier auch den Träster. Da werde ich mir auch etwas überlegen, ob ich den auch verwenden kann als Dünger oder für andere Zwecke. Also man sieht, es ist schon ein bisschen Öl drinnen. Und jetzt kommen wir schon zum Ergebnis. Hier ist der Ölbehälter. Oben ist relativ wenig Satz vom Pressen. Auch im Öl selbst ist vergleichbar ungefähr wie beim Rapsöl. Kann man auch auf dem Rapsölpressvideo schauen. Der Satz ist relativ wenig. Jetzt geht es auch schon los. Jetzt entnehme ich das Sieb. Jetzt schauen wir mal, wieviel Milliliter das von den 2 Kilo rausgekommen sind. Das Öl hat eine leicht grün-braune Farbe. Das ändert sich auch nicht so stark nach dem Absitzen. Und hier sieht man es schon. Also knapp über 400 Milliliter. Also 21% Ölquote von den Mariendistelsamen ist eigentlich gar nicht schlecht. Kameraführung ist nicht so besonders bei mir. Aber man sieht es schon ein wenig. So um die 405 Milliliter. Jetzt habe ich wieder verdunkelte Flaschen verwendet. Sieht man schon. Hier ist das Öl jetzt abgesessen. Da kann man noch mal reinschauen. Eine dunkelgelbe Farbe. Wunderbar. Und den Satz sieht man auch gleich beim Reinfüllen. Also bis sich der Satz nach vorn zieht beim Reinfüllen. Also hier sieht man die Farbe des Öls. Also so hell wie Rapsöl ist es nicht. Sieht man schon. Sehr schön das Öl. Der Geschmack ist auch wirklich sehr gut. Schmeckt sehr gut nach Disteln. Fast ein bisschen wie die Brennnessel. Also das Brennnesselöl. Da habe ich auch probiert zu pressen. Ist aber leider nicht so viel rausgekommen. Aber der Geschmack ist ziemlich ähnlich. Also leicht. Leicht wie die Brennnessel. So und jetzt sieht man auch den Satz der was sich unten gebildet hat. Ganz wenig. Also sicherlich 20% Ölquote. Also 20 plus. Und den Rest. Also ich habe auch den Rest da habe ich so verzehrt. Das wird sicher nicht schaden. Schade um jedes Tröpfchen. Na gut das war es jetzt nachher auch schon. Hier sieht man das andere. Ich habe das noch in den kleinen Behälter gefüllt. Da sieht man das nochmal. Ein paar Milliliter kann man abziehen. Das setzt sich wieder ab. Ungefähr die Hälfte war es dann am Schluss. Na gut das war es wieder. Ja. 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 Ja.